Grüezi, Monsieur Deleg. Der SRG-Generaldirektor beantwortet Publikumsfragen. Der Herr Guggebühl aus Amriswil begründet Mühe mit den musikalischen Präferenzen vom Radio SRF 3. Er schreibt, die spielen 20 Mal am Tag den gleichen Song. Ich halte das im Kopf nicht aus. Ich muss Ihnen sagen, lieber Herr Guggebühl, das ist technisch gar nicht möglich. Wenn ein Moderator einen Song spielen will, der am gleichen Tag schon mal über den Sender gegangen ist, tut unsere innenbetriebliche Software automatisch seinen Lohn halbieren. Ich nehme Ihren Brief darum als Kompliment für unsere Musikkompetenz. Ihnen hat das Lied offenbar so gut gefallen, dass Sie es an diesem Tag noch 20 Mal vor sich hergesumpt haben. Unsere Fachleute reden in so einem Fall von einem Titanolabis Colossa, auf Deutsch ein Ohrenwurm. Um den wieder loszuwerden, schalten Sie um auf ein beliebiges Lokalradio und lassen sich vom Moderator seinem Geplapper den Gehörhang gründlich durchspülen. Merci, Herr Deweck. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.